Ein wunderschönen guten Tag! Ich bin heute mal im Heidepark und ähm... Oh, es ist hier so viel los. Ich glaube, ich geh wieder. Nein, ich geh rein und ich werde mal einen wunderschönen Tag alleine verbringen und einfach mal gucken, was da so abgeht. Los geht's! Ich bin nicht so der Achterbahn-Typ, wie ihr vielleicht schon mal im Video gesehen habt. Ich freu mich auf heute... Warte! Du auch hier? Was machst du denn? Das ist ja... Ich wollte heute mal alleine im Heidepark gehen. Aber das ist ja... Das ist ja cool. Komm, dann einen Bodypark machen. Scheiße, ey... Wäre das nicht cool? Hier, beide? Einmal einen Tag alleine. Wäre das nicht... Das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja... Ich hätte nie gedacht, dass wir uns hier treffen. Ey, ich spring vom Felsen, ey. Geh, geh wir rein. Ich geh überall mit dir rein, aber nicht in diese Krake. Diese verfickte Krake. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, ist das hoch! 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 Oh mein Gott, oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott, ist das hoch! Das liegt doch mit Bochum noch mal. Eine Fußballmannschaft. Und letzter Sieg, wie hoch war der? Nicht so gut. Verloren gegen wen? Long Bochum, wer kommt noch da her? Schreibt es in die Kommentare. Da ist der Trace. Oh, ich glaube wir müssen hier anstehen. Warten wir mal ein bisschen, ne? Ich glaube ich muss auch nach Hause. Ich habe noch irgendwas vergessen. Oh, 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 oh! Was hast du denn in deinem Coop? Lecker Currywurst. Okay, und was willst du dafür haben? 8,70 Euro. So teuer? Hast du ein Problem damit? Ich mach dir ein Angebot, 2 für 20. Nein, nein, danke, ich habe kein Interesse. Was haben Sie gestern auch alle gesagt? Gestern schon? Ja, Professor Oberschlau. Na ja, muss halt, muss man auch sehen, wo du bleibst. Sex? Nein, danke, ich habe eine Freundin. Hm. Was möchtest du? Ein Bild mit ihnen machen. Mit ihnen? Sehe ich aus wie 30? Nein. Wie alt sehe ich denn aus? 21? Ja, 21 ist richtig. Das war eine Dokumentation. Freshtorge, der bescheidene Typ. Wuuuuhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh. Danke sehr. Alles gut. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Gutes Spiel. Ich gehe überall mit dir rein, aber nicht in diesen... Oh Gott, was ist das denn? Ich bin doch nie zum Ding eingestiegen, wo ich wollte, ich weiß, was passiert. Ach du Scheiße! Oh mein Gott! Oh Gott, ich kann gar nicht mehr schreien! Eine Slabber läuft mir auf den Mund! Eine Slabber läuft mir auf den Mund! Langweilig! Leute, wir haben noch eins für Snapchat. Eins noch für Snapchat, ganz wichtig für Snapchat. Wie heißt der auf Snapchat? Lea Dirks heißt sich bei Snapchat. Lea Dirks. Lea Dirks, in einem Wort. Genau. Lea Dirks, alle abonnieren. Lea Dirks bei Snapchat. Oh Lea, jetzt bist du fame. Nee, hoffentlich nicht. Nicht abonnieren. Lea Dirks, nicht abonnieren bei Snapchat. Nur einmal rein. Matze, ich gehe überall mit dir rein. Aber nicht... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Matze wollte unbedingt nochmal in die Wildwasserbahn, das ist natürlich kein Problem, das ist für Kinder, da fahre ich dann natürlich auch gerne mit. Hallo! Da wicke alle zurück, wie blöd die sind. Hallo! Mast du alles fit? Ja, ich freue mich! Sehr schön! Ja, ich freue mich auch, das ist kein Problem. Eine Wildwasserbahn mache ich gerne mit... Lass die Kamera nicht backen, ich wiederhole die Kamera nicht backen. Hahaha! Hahaha! Okay! Alles aufgedacht! Pass auf! Das bin ich! Ich bin Fan! Teuer kann ich ein Foto von dir haben? Ja! Schon ist er weg! Hahaha! Hahaha!